Hallo und herzlich willkommen YouTube, heute zu einem neuen Update-Bericht für den Mod Shelf. Ja, ihr seht es hier schon, das sind halt so Regale und es ist leider nichts Neues dazu gekommen für die Version 1.2.4. Deswegen mache ich da keinen großen langen Tamtam rum. Wenn ihr jetzt nochmal wissen wollt, was Shelf ist, klickt ihr hier links in die Ecke. Dann kommt ihr zu dem Tutorial für Shelf und der Download-Link ist natürlich in der Beschreibung dann wieder. Also dann, ciao!